Guten Abend allerseits zu Runde 2 wieder mit Counter-Strike, aber diesmal mit CSGO, heute spielen wir erstmal zum Waben, werden eigentlich eine kleine Runde Deathmatch, man hat hier nicht viel, die hätte ich gerne drin, ja ansonsten ja, jeder hat seine eigene Meinung, weil wenn ich entscheiden könnte, dann würde ich CSGO und CSS abschaffen, weil CS 1.6 bleiben das ist ein ganzes Geil Knife das ist zu schnell, machen wir mal eine Challenge wir machen jetzt eine Challenge ob ich so etwas besser ja ich darf jede Waffe spielen, die ich schriff aber mit der auch mit der Diggens kann ich eh mit der Diggens kann ich eh ok mit der mit der mit dem geben geben hey fuck was haben wir im anderen Punkt? ich bin dann im anderen Punkt gespawnt wegen der Waffe oh mein gawd oh genau holl es hier es hier zwei auch Hallo! oh Oh, man. Oh, er geht nicht. aber hier, ich will ein Knife, ein Spieler helf mir, Gott wie das, mein Freund wie das, mein Freund oh was liebe ich ja manchmal warum ok, mal zwei Seiten also fühlst du dich immer wie ein Sandwich schiff red form pro wc 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 Ich verstehe. Go 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 man, don't worry. No man, why you killed me? Okay. Yeah, baby. Good, my friend. Good, good. That's what I heard. What happens when you don't let somebody knife him? Okay. Good. Good. Nice aim. Okay. Mama. We got a high sniper right here, guys. Scared. So cold. So cold. Die drücken mir alle voll die Bretter. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube Birke. Ich weiß es nicht. Oh, mein Freund. Oh, mein Freund. Kyrgyzta. Kyrgyzta. Oh, Kyrgyzta. Oh, you have to pop me out. Just go, just go. Just go. Just.